Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, schon im März letzten Jahres ist ein Arbeitskreis christlicher Anthropologie zusammengetreten, dem 27 Bischöfe, Theologieprofessoren und Experten angehören. In zwölf Tagen nur haben sie damals im Hinblick auf einige Fragen, die in Zusammenhang mit dem Synodalen Weg aufgetaucht sind, Fragen beantwortet, pastoral, biblisch und lehramtlich begründete Antworthilfen gegeben zu Themen, die virulent sind. Ich habe gestern schon die Heiligkeit von Ehe und Familie aufgegriffen, was Mann und Frau sein aus christlicher Anthropologie bedeutet. Und jetzt dann auch ein Thema, das sehr oft in der Diskussion auftaucht, Gender. Dringend aufzuheben, so wird behauptet, ist die fortschreitende Entfremdung zwischen kirchlicher Lehre und der allgemeinen Rezeption von Gender bzw. Gender Mainstreaming. Die Entgegnung, in der Tat muss sich die Kirche mit Gender und Gender Mainstreaming auseinandersetzen, und Wahre von falschen Annahmen unterscheiden. Wahr ist, dass Menschen, die anders fühlen, denken oder leben, häufig ausgegrenzt werden. Ihnen muss die Kirche noch besser gerecht werden. Die Selbstbestimmung eines Menschen kann aber nicht so weit gehen, dass er sich radikal von seinem biologischen Mann oder Frau sein abkoppelt, um aus einer Vielzahl von Geschlechtern dasjenige auszuwählen, das er sein möchte. In Amoris Laetitia, das ist ein lehrschreibender Entzüglicher von Papst Franziskus, 2014 herausgekommen, beschreibt Papst Franziskus Gender deshalb als eine Ideologie, die, Zitat, den Unterschied und die natürliche Aufeinanderverwiesenheit von Mann und Frau leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz in Aussicht und höht die Grundlage der Familie aus. Die Anthropologie, also die Sicht des Menschen von Gender, ist ebenso unvereinbar mit der biologischen Natur des Menschen wie mit der christlichen Sicht auf den Menschen. Diese gibt es nur in zwei Geschlechtern, als Mann oder als Frau, wie man das auch fühlt oder innerlich realisieren kann. Die Gender-Theologie hingegen spricht von 60 und mehr Geschlechtern, die man auch wechseln kann, wenn man es für angebracht hat. Man nutzt das Faktum, dass es eine vergleichsweise sehr geringe Anzahl von Menschen gibt, die unter Gender-Dysphorie leiden. Das heißt, sie sind transsexuell, sie leben in extremer Dissonanz als zu ihrem biologischen Geschlecht oder intersexuell. Sie wurden mit zweideutigen Geschlechtsmerkmalen geboren. Diese Dinge kommen ja auch vor. Und man nimmt das her, um daraus zu schließen, jeder kann sein Geschlecht frei wählen. Das tun transsexuelle und intersexuelle Menschen nun gerade nicht. Sie leiden bis zum Suizidversuch unter ihrer Konstitution. Dann wird wieder Papst Franziskus zitiert, Es ist beunruhigend, dass es Ideologien gibt, die behaupten, gewissen und manchmal veränderlichen Wünschen zu entsprechen, die versuchen, sich als einzige Denkweise durchzusetzen und sogar die Erziehung der Kinder zu bestimmen. Zitat Ende Ein eigenes Dokument des Vatikans als Mann und Frau schuf er sie 2019 führt Gender, Zitat, auf eine dualistische Anthropologie zurück, die den Körper reduziert auf lebloses Material und den menschlichen Willen trennt, der selbst eine absolute Macht bekommt, den Körper nach Belieben manipulieren zu können. Soweit die Sicht der Kirche darauf. Zunächst einmal werden Sie sich doch mal fragen, ja, was soll das überhaupt Gender? Das ist nicht von vornherein nur Dummheit. Es geht darum, das biologische und soziale Geschlecht zu unterscheiden. Und da geht es auch um gewisse Rollenzuweisungen, die aufgrund des Geschlechtes in der Geschichte der Vergangenheit stattgefunden haben, die nicht unbedingt immer gut waren. Also da kann man auch mal eine Erkenntnis daraus gewinnen, wenn man das differenziert. Aber wenn es natürlich dann in so eine extreme Spielart hineingeht, dass man das Geschlecht jederzeit beliebig ändern kann, wird es natürlich sehr bedenklich. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass im Bundestag Mai letzten Jahres die Grünen und die FDP in den Antrag einbrachten, dass 14-Jährige auch ohne Einstimmung, Zustimmung ihrer Eltern, ihr Geschlecht ändern können. Das wurde damals mit großer Mehrheit abgelehnt. Aber es ist zu erwarten, dass das wieder zur Entscheidung dann vorgelegt wird, wieder aufgegriffen wird. Und das mitten in der Pubertät. Ich halte das für völlig abwegig. Und ohne Zustimmung der Eltern das tun zu können. Außerdem sollte beschlossen werden, dass man jedes Jahr ohne eine ärztliche Untersuchung beim Standesamt sozusagen sein Geschlecht neu definieren und angeben kann. Also das wird in so einer beweglichen Art und Weise gesehen, dass man das gleichsam ändern kann, wie ein Kleid, das ist ein bisschen übertrieben und überspitzt formuliert. Mir fällt ein Bewerbungsgespräch ein, dass ich mit jemandem hatte, der darüber seine Masterarbeit geschrieben hat, genau über diese Fragen, intersexuell, transsexuell. Und der berichtete von einem Beispiel, dass drei Mädchen aus einem relativ kleinen Ort beim Arzt waren und gesagt haben, sie wollen ihr Geschlecht verändern. Das kam ihm dann ein bisschen eigenartig vor. Und er hat dann nachgeforscht, ein bisschen nachgebohrt, warum es da die drei Mädchen alle da aus diesem kleinen Ort das wollten. Und er kam dann dahinter, dass die Erzieherinnen im Kindergarten, sie waren ja jung, 12, 14 Jahre alt, ihnen das so vermittelt hatte. Also wenn man jetzt sich in seinem Geschlecht unwohl fühlt, dann kann man es ändern, ob jetzt sie das einseitig aufgefasst haben oder ob es tatsächlich so geschehen ist, dass sich mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es so bei ihnen angekommen. Und wenn jetzt die mitten in der Pubertät sind, wo man sich einfach unwohl fühlt im Körper, wo Haare wachsen, wo vielleicht sonst keine waren, wo bei der Frau Brüste sich entwickeln, wo einfach der ganze Körper sozusagen im Umbau ist, dann kann es ja tatsächlich sein, dass man sich mal unwohl fühlt. Und wenn das ins Gedächtnis dann kommt, ah ja, die hat uns doch gesagt, der ist ja im Kindergarten, ich kann das Geschlecht ändern, dann fällt das mitten in eine Veränderungszeit hinein und fällt vielleicht auf fruchtbaren Boden und die nehmen Eingriffe vor, die man nie mehr zurücknehmen kann. Das ist auch ein Faktum, das habe ich mal gelesen, ich glaube mindestens 80 Prozent, die da etwas umoperieren haben lassen, später tief unglücklich sind, wenn man es nicht mehr zurücknehmen kann. Wenn etwas weggeschnitten ist, dann kann man es nicht wieder sozusagen hinoperieren. Also das sind dann schon Dinge, wo es dann in der Praxis sehr gefährlich wird und wo man sich dann schon auch überlegen muss, was man hier eigentlich will und was man vertritt. Meine Dame im Haushalt war 37 Jahre lang in der Krisenstation in einer großen Klinik tätig, in der Gutpsychiatrie und sie hat viele Fälle gehabt, schon damals in den 70er, 80er, 90er Jahren und auch Anfang des neuen Jahrhunderts und Jahrtausends, wo Menschen in der Psychiatrie gelandet sind, weil sie mit ihrer Geschlechtidentität überhaupt nicht mehr klargekommen sind. Man hat einfach gedacht, ja, das kann man einfach so umoperieren und dann funktioniert das. Aber wenn sie jedes Mal beim Geschlechtsverkehr Schmerzen haben, dann fragen sie schon, was sie hier gemacht haben, um ganz konkret zu werden. Also da sollte man vielleicht doch viel behutsamer und bedachtsamer an diese ganze Angelegenheit herangehen und man wird auch Menschen nicht gerecht, die transsexuell oder intersexuell empfinden oder so eine körperliche Konstitution aufweisen. Ich darf ihnen den Segen geben, es segne und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Vielen Dank.